Hey, Willkommen bei Dardinam Gaming. Wir spielen Heretic, die zweite Episode. Heads Maul. Und die heutige Map ist mit 2M4. The Ice Grotto. Okay. Ich bin gar nicht lange schade. Ich klicke dann noch los. Ich bin hier in einer Höhle. Raus. Noch kein Leitmacher. Ich bin hier in einer Höhle. Ich bin hier in einer Höhle. Ich habe die Höhle. Ich habe die Höhle zu machen. Ich habe die Höhle zu fragen. Die nächste Höhle zu sehen werden. Einige Verdrangens in der Grunde. Ich habe die Höhle zu geben. Da sind die Höhle zu sehen. Und dann haben wir auch bereits die ersten Cybrids, die über eine Über-Aus-Aus-Aus zu gehen. Und dann kommen die Abenteuerung, das ist die Abenteuerung voran. Ehe! 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 Feuerwehrmann! Ehe! 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 Ich bin der andere Seite, der zweite Seite, der auch wunderbar ist. Ja. We are dragon. Wir haben so ein bisschen versucht, die Waffenlots in den Hausten. Wir haben einen Reiner, aber wir können es in der anderen. Ooooooooh! Okay. Oooo. Okay. Ich werde die Revens. ARD Text im Auftrag von Funk Also, erstmal muss er auch mal diese Eiswelt, diese Eiswelt um alles, was sich bewegt, denn ich will das mal um die Efe zu halten. Das ist nicht so gut, und das ist das nicht so gut. Ich will das nicht. Was ist der Wiener? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin der Wettbewerb von Magba. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, duuute! Jetzt zu leben bei uns ist gelb. Was ist das? Das war's für heute. Geht der Ries, hauut, mag was? Geht der Ries, hauut, mag was? Ich darf das nicht abnehmen. Echt? Geht der Wind. Geht der Ries. Geht der Wind. Das war's für heute. Sch-sch-sch-sch-sch-sch... Sch-sch-sch-sch-sch... And long, we think this is one of them. Well, it's not going to be frustrating. I think so... Das hier ist eines der beiden Sequenz, und das lässt sich über das Spiel dann erreichen. Nach einem Abschied man den 2, 4, 3 sammeln. Das hier ist auch ein Schmuck. Und dann ist das ein Schmuck. Ein. Auch die Schmuck. Ein. 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 Genau. Genau. Oh, das war's doch nicht mehr. Oh, hey. Das ist schon immer noch mal. Das war's wohl. Das war's auch nicht mehr. Das war's auch nicht mehr. Oh, no. Okay. Okay. Dann auch zu grünen Füger als nächstes. Dann auch zu grünen Füger. Okay. 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 Wir haben ja leuchtet. Ja, ich bin da. Oh, das ist eigentlich's. Oh, das war's. Oh, ich bin da. Oh, das ist echt viel zu verletzt. Ich bin da. Oh, das ist ja, das ist ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Außen ist alles nicht leer. Jetzt geht's in die Gebäude. Hier haben wir den ersten Ansatz einzubauen. Aber ich will den noch nicht so gut. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Das ist der reguläre Exel. Und 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 das ist der reguläre Exel. 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 Das war's. Der letzte Item, der letzte Secret, der letzte Item, die sind vollständig vor uns hier, der Secret Exit und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wir sehen uns in den Links wie 2 in 9, das ist der Secret Pack, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.